Das bewährte Konzept der Lernortsbibliothek ist auch Grundlage für die Lernwerkstattbibliothek, nämlich Information und Sprachkompetenz zusammenzuführen. Dieses Projekt der Bibliothek ist geeignet für alle Altersgruppen. Jeder kann daran teilnehmen und wir designen es je nach Bedarf. Mit den digitalen Tools können die Teilnehmer selbstständig arbeiten und können sehr kreativ sein. Die Bibliothek ist die Teilnehmer der Bibliothek. Mit dem iPad ist die Teilnehmer, die wir in der Bibliothek schreiben können. Wir können es in der Internet einbeziehen, wie es geht und die Teilnehmer, in der Bibliothek. Musik 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 Die Einladung war öfter für den öffentlichen und es war sehr schön, dass Menschen gekommen sind, dass sie hier die Leute interessieren, was sie hier sehen, was sie hier sehen, was sie hier sehen. Und wir haben auch die Einladung von Menschen, die einfach überstehen von hier oder hören, was passiert. Untertitelung des ZDF, 2020